Was geht Leute? Mein Name lautet Danny B-B-B-B-B-Nitsch und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute spielen wir mal live auf der Xbox One Alter! Heute spielen wir mal live auf der Xbox Heute spielen wir mal live auf der Heute spielen wir mal live! Punkt! Und ja, mein Name lautet hier Sossefrucht, äh Furcht, äh keine Ahnung, ist so ein typischer Xbox Live Name weil ich mir die Xbox nur ausgeliehen habe und deswegen mir keinen richtigen Account erstellt habe und lasst uns anfangen, ich weiß gar nicht was wir heute überhaupt spielen aber es scheint so als würden wir Botenangriff spielen denn das gibt es nicht auf der Xbox 360 und auf der PS3 gibt es das nicht nur in den neuen Generationen gibt es 18 Spieler, deswegen bin ich gespannt was uns erwartet und lasst uns erstmal in ein Spiel beitreten So, das Spiel hat entschlossen, dass wir auf Souverän spielen und ich spiele mit der SA805, what the fuck auf jeden Fall mit Schildemper und Totpunkt, wie sie einfach so weil ich die Waffe noch nicht so oft benutzt habe und viele von euch gesagt haben die soll richtig gut sein, deswegen wieso nicht? Okay, nachdem wir den zweistündigen Countdown endlich überlebt haben lasst uns losgehen und übrigens nicht viele Botenangriff, das heißt also Team Deathmatch oder Herrschaft in diesem Fall jetzt Herrschaft Hallo Teamate, wie geht's dir? Ja gut, auch gut, auch gut, auch gut Danke für die Nachfrage, aber ich hab doch gar nicht Halt deine Frage, ich will die Herrschaft und ich werde die Gegner rapen Rapen Okay, ja, alles gut, alles ist gut Ähm, das Problem ist nur, dass es in Herrschaft ziemlich viele Camper gibt und ich Herrschaft ziemlich wenig gespielt habe in diesem Spiel Ach, scheiße, okay Leute, ich verkacke wieder am Anfang aber ist gar nicht so schlimm Ich halte einfach alles Oha So, okay, die B haben wir, A haben wir, das heißt also wir können ihn nicht killen, weil er uns geklaut wird Woah! Scheibenabschuss Alter Schwede, ja man Geht ja, du, gut ab, Danny Du bist der beste Spieler, aber ich liebe deine Muskeln Warte, lass uns mal die, diese Z-Com hier hinlegen Yeah Erwündete Z- Woah, du killst mein Teammate und mich Also ich muss sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet aus irgendeinem Grund Da ist er Bam, in dein Gesicht, du Arschloch Ich liebe deine Muskeln Ich liebe deine Muskeln nicht Die größte Beleidigung ever Ich liebe deine Muskeln nicht Wo seid ihr alle? Verstreckt euch nicht Bleib bei mir! Oh Gott Ich muss sagen, ich bin noch nicht so wirklich gut mit dem Xbox One Controller Aber das kommt noch Das kommt auf jeden Fall noch, du Camper Hoffst du camp, Alter Oh, und er kommt natürlich von hinten Ich hasse die Spawns in diesem Spiel Ich hasse die Spawns Oh, oh Oh Mann Arschloch Ich hasse deine Muskeln Wenn ihr irgendetwas nicht mögt, sagt nicht zu ihm Ohne Scheiß So Wörter wie Hurensohn oder so Wörter wie Missgeburt Das sind alles Out-Wörter Die sind nicht mehr innen, wisst ihr? Die richtigen In-Wörter sind nur noch Ich liebe deine Muskeln nicht mehr So, so verletzt ihr dich Mh, du scheiß Hund, Alter Ja, mein Hund Ich finde auch, mein Hund macht nie was Aber der gegnerische Hund macht immer was Ah, keine Panik auf die Titanic, Danny Alles wird gut Halte alles steif Ich hoffe, ihr haltet auch alles steif Denn ich verkacke hier gerade ziemlich Oh Ah, so Da war noch einer Ähm, ich bin ja Wisst ihr, ich bin ja Linkshänder Und ich habe mir auch schon öfter überlegt Auf der Linkshänder Ich habe mir schon öfter überlegt Auf der Linkshänder-Störung zu spielen Und was für einen Score habe ich? 13,11 Na super, Alter Ich hasse es Immer, wenn ich es live spiele Störpunt Und da muss er auch sein Ja, und er killt mich auch Natürlich Lass mich durch Verhoff damit Nervt mich jetzt nicht Teammate Uff, Leute Das ist echt Ich muss sagen Das ist echt ein Fall für Galileo Mystery Würde ich fast schon sagen Wo sind die denn alle? Ich finde die gar nicht Hallo Ach, da bist du So, beide weggeholt Easy Locker flog ich aus der Hüfte Und den auch noch nicht 16 zu 4 Leute Ja, das ist ein gutes Gameplay Geiler Egal Das ist definitiv ein gutes Live Gameplay Ich finde einfach, dass ich der definitiv beste Spieler ever auf der Xbox One bin Und wieso schießt der? Obwohl mein Teammate in der Nähe war Das ist eine gute Frage Und auch eine sehr berechtigte Frage Stopp, du Arschloch Ich muss auch dazu sagen Mein Aiming ist das nicht noch das Beste Noch nicht Aber das wird noch das Beste Was macht der da? Was machst du hier, Digga? Hör auf zu campen Sonst campe ich nicht weg Oh Ja, fast hätte er mich eliminiert, Alter Dann wäre ich übel sauer gewesen Dann wäre ich richtig sauer gewesen Aber zum Glück bin ich kein Mensch, der sauer wird Oh, hör auf zu schießen von hinten Da ist er, da ist er, da ist er Ach, scheiße, scheiße, scheiße Okay, der kennt da oben, der kennt da oben, der kennt da oben Oh So, ich glaube, ich werde jetzt auch mal eine Flagge gleich einnehmen Weil es scheint so Als wäre ich Als wäre das Score schon in diesem Spiel ziemlich verkackt Und es hat keinen Sinn, sich noch darum zu kümmern Das Einzige, worum ich mich kümmert, wäre, dass ich positiv bleibe Was jetzt nicht so problematisch werden sollte Aber ich werde einfach mal ein paar Flaggen Ein paar Flaggen einnehmen Einfach so Um Spaß zu haben So, wir müssen unbedingt B einnehmen Ich werde alles tun, um B einzunehmen Und der campt hier Ja, ich muss mein Aiming definitiv verbessern Ja, ich muss Ich weiß nicht, wieso Wieso verliere ich immer alle Zweikämpfe? Ich will nicht, ich stehe das nicht So Bis jetzt ist es ziemlich schlecht Aber wisst ihr, was ich mache? Ich werde die A-Flagge jetzt einnehmen Wenn mich das Gegner-Team lässt Gib mir diese Scheiße Da ist einer Der ist wahrscheinlich inaktiv gerade Ja, ich wusste es Ha, du scheiß inaktiver Spasti Ich meine, ich meine natürlich So solche Wörter nehme ich nicht in den Mund Oh, jetzt haben meine Team-Mate sogar ein Heli Was habe ich? Na, ein langer Penis Das reicht mir schon Die Mates, verpisst euch bitte alle Ach, das hat nicht Schlecht Oh, nein Wieso ist hier alles so dunkel? Ich sehe gar nichts Wieso sehe ich gar nichts? Was ist das Problem der Map? Hör auf Hör auf damit Hä, die Leute, seht ihr das auch? Das ist alles so dunkel irgendwie Ja, klar seht ihr das Ich nehme ja gerade auf Danny-Logik Oh Stopp Bester Freund, am Anfang hat es so gut begonnen Mit dem Triple-Kill Ich dachte gerade schon So, das wird das beste Spiel der ganzen Welt Und was passiert, Alter? Das wird das schlechteste Spiel ever Oder ist ein Sneeper Ja Okay, okay Danny Keine Panik Es geht um den Spielspaß Vergesse nicht den Spielspaß Der ist viel wichtiger Okay, Leute, ich muss zugeben Ich bin ein Tickchen verzweifelt Ich weiß nicht genau, woran es liegt Mann Lasst mich doch einfach alle in Ruhe Oh Mann, was für 23 23, 25 Ey Vor allem bei mir ist es auch immer so Wenn ich irgendwie Selbst wenn ich 10 Gegner schieße Da muss immer irgendein Spaß Die kommen und mich dann killen Das ist immer so bei mir Ich weiß nicht Oh ja Ja Leute, ich muss sagen Ich hasse diese C4-Dinger Ohne Scheiß Ah Danny Spielspaß 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 Ist so wichtig Okay, ich glaube, ich muss mich mehr konzentrieren Mein Score ist 37 zu 29 Ich habe nicht die meisten Kills aus dem Team Wir sind am Verlieren Ne, wir sind sogar am Gewinnen Yay Wir sind am Gewinnen Wenigstens etwas, Leute Lasst uns unser Team gewinnen lassen Also wenn ich jetzt nicht gewinne Dann, äh, keine Ahnung Dann ist wirklich In diesem Spiel Alles schief gelaufen Und das ist definitiv Das allerschlechteste Live-Kommentary Was es jemals gab Stirb Kämpfer Oh Ja Leute Ich sterbe die ganze Zeit Aber darum geht es mir gar nicht Ich will einfach nur Ich wollte schon von Anfang an nur gewinnen Ich wollte einfach nur das ganze Spiel einfach gewinnen Oh nein Oh Okay, ihr müssen die sein Hab euch gesehen Es klingt nicht, sich zu verstecken Stirb doch Danke Ja Okay 170 zu 165 Die Kinder haben zwei Flaggen Die Kinder haben zwei Flaggen Ich muss die Flaggen bekommen Okay, ich gebe jetzt mein Bestes Optimate Kommt immer Optimate B gesichert B gesichert Leute, ich werde B jetzt mit meinem Leben beschützen Halt deine Fresse, du Franzose Ich werde B jetzt mit meinem Leben beschützen, Leute Es reicht mir Nein Oh, wir haben Nein, wir haben A Wir haben A Aber wir haben kein B Komm, Leute Bitte enttäuscht mich nicht jetzt Oh, Leute Ich will jetzt echt nicht verlieren, Alter Ohne Scheiß Ich will jetzt echt nicht verlieren Oh Der ist geflogen Ja Ja Oh Ich bin echt unter Spannung Ich bin da richtig unter Spannung, Leute Wieso kann ich nicht durch die Komm, Danny Ich hole jetzt die C-Flagge Komm, Teammates, bitte Ich will nicht verlieren Okay, ich hole schnell die C-Flagge Wenn das jetzt nicht klappt Okay, das sieht nicht danach aus Ich würde das klappen irgendwie Ja Ja, wir haben so gut wie verloren Aber ich gebe nicht auf Selbst wenn die nur einen Punkt brauchen Ja, wir haben A verloren Sieht sehr gut aus für uns Beide Wichser geholt Ja, die brauchen nur ran So, das war's mit dem Live-Gameplay 46 zu 40 Und wir haben verloren Was Besseres kann es nicht geben War wirklich heute ein schlechtes Spiel Aber ich hoffe, euch hat es Trotzdem gefallen Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen noch oben da Damit unterstützt ihr mich mehr Als ihr nur denkt Und schreibt in die Kommentare Ob ihr diese Spiele auf der Xbox One Oder auf der 4 Ob ihr diese Spiele auf der Xbox One Oder auf der PS4 spielen werdet Ich bin gespannt Und ganz wichtig Vergesse nicht Diesen Kanal zu abonnieren Um nie wieder in Zukunft Was zu verpassen Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1 Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal